Die Heizkosten werden jedes Jahr höher. Die Preise für fossile Brennstoffe steigen und machen die Heizkosten untragbar. Jetzt bieten wir Ihnen eine Lösung, die dies für immer ändern wird. Die versteckte Nanotech-Fernwärmefolie spart Ihnen bis zu 58% der Heizkosten oder bietet Ihnen eine völlig kostenlose Heizung durch Sonnenkollektoren. Die im Vereinigten Königreich hergestellte Nanotech-Folie wird die Art und Weise, wie Sie Häuser, Büros, Geschäfte oder Wohnwagen beheizen, für immer verändern und Ihnen ein leistungsstarkes Heizsystem mit niedrigen Betriebskosten bieten. Die NTH-Folie ist ein wartungsfreies, sicheres Niederspannungssystem, das mit 24 Volt gleich- oder Wechselspannung arbeitet. Die NTH-Folie bietet eine schnelle Erwärmung in weniger als 2 Minuten von 18 auf 30 Grad Celsius. Mit einer Dicke von 0,4 Millimetern und der Flexibilität, sie an der Wand, an der Decke oder auf dem Boden zu installieren, ist sie ideal für den Heimwerker oder den professionellen Einbau. Die Installation der NTH-Folie ist so einfach, dass man sie in einem 50 Quadratmeter großen Raum in weniger als einer Stunde anbringen kann. Die Installation von NTH ist ähnlich wie bei einer Tapete, wenn sie an einer Wand oder Decke angebracht wird. Sie können Löcher für Lichtschalter, Steckdosen und Leuchten schneiden, ohne dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Es kann gestrichen, mit Tapeten, Gips, Fliesen, Laminat oder Teppich bedeckt werden. Er ist flexibel und kann auf gekrümmten Oberflächen installiert werden. Die Infrarotheizfolie NTH-Fahr erwärmt Decken, Fußböden, Mauerwerk und Einrichtungsgegenstände, indem sie sie von innen heraus warm hält und so für eine größere und stabilere Wärme sorgt. Mauerwerk, Fußböden und Decken können die Wärme im Gegensatz zu Luft viel besser speichern. Herkömmliche Heizungen basieren auf der Lufterwärmung. Dies ist eine sehr unzureichende Art des Heizens, die viel Zeit und Energie benötigt, um einen Raum zu erwärmen. Die warme Luft ist leichter als kalte Luft und man heizt zunächst den oberen Teil des Raumes auf, bis langsam das gesamte Luftvolumen gleichmäßig erwärmt wird. Herkömmliche Heizungen sind anfällig für Wärmeverluste und selbst kleine Öffnungen in der Isolierung führen zu schnellen Wärmeverlusten. NTH erspart Ihnen auch Schimmelprobleme, die bei herkömmlichen Heizsystemen aufgrund von Kondensation auftreten können. Die raumunabhängige Installation von NTH ermöglicht eine effektive Zonierung. Außerdem können Sie die Installation flexibel auf Ihr Budget abstimmen. Netzunabhängig. Das ist kein Problem. Sie können die NTH-Folie direkt an ein 24-Volt-Solarpanel anschließen und so kostenlos heizen. Jetzt können Sie völlig unabhängig von Energieversorgern sein. Fühlen Sie sich wohler und gesünder. Ferninfrarotstrahlen mit einer Wellenlänge zwischen 54 Mikrometern sind als biogene Strahlen bekannt. Diese Strahlen können die Heilung und das Wachstum gesunder Zellen sowohl bei Menschen als auch bei Tieren fördern. Alle FIA-Folien von Nanotec Heating emittieren Strahlen mit einer Wellenlänge zwischen 8 und 15 Mikrometern und bieten eine sichere und sanfte Wärme. NTH ist ein umweltfreundliches System, das kostengünstig zu installieren und zu betreiben ist und Ihre CO2-Emissionen um 70% reduziert. Hören Sie auf, Geld für Ihr derzeitiges Heizsystem zu verlieren und sich mit Wartungsproblemen zu plagen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um die Vorteile zu genießen, die NTH Ihnen bietet.